Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Bear With Me, bei der ich vergessen habe, den Timer einzuschalten. Und ich habe mir in der Pause mal Gedanken darüber gemacht, warum das Rätsel so war, wie es war. Und ich weiß nicht, ob es die richtige Lösung ist, die ich jetzt hier so mir gedacht habe, aber man hätte das Rätsel, glaube ich, ich weiß es nicht genau, auch nach dem Ausschlussprinzip hätte man es machen können, oh je, das Deutsch hört langsam auf, ich sollte wirklich langsam aufhören aufzunehmen. Nämlich wussten wir beim Owner und bei Boo, weil er der Owner von den Mushrooms war, dass wir halt rechts gehen mussten. Was ich, ich muss davor sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass einem Gegenstand, also den Fireflies, den Butterflies und den Mushrooms, eine Richtung zugeordnet wurde. Also ich habe gedacht, man muss trotzdem gucken, wo man hingeht und nicht, dass, wie schon gesagt, den Mushrooms die rechte Richtung jetzt gehört. So, ne, wisst ihr? Deswegen habe ich es von Anfang an wahrscheinlich nicht ganz richtig gelöst, das Rätsel. Aber wir wussten ja, dass wir bei den Mushrooms rechts gehen müssen. Wir haben insgesamt nur drei Möglichkeiten gehabt zu laufen. Und damit konnten wir rechts ausschließen aus den drei Möglichkeiten und hatten geradeaus und links nur noch offen für Butterfly und Firefly. Und in dem Moment, als wir am ersten Bildschirm bei Butterfly geradeaus gegangen sind, haben wir uns quasi dafür entschieden, geradeaus als Butterfly-Weg zu deklarieren. Wisst ihr, was ich meine? Hups, ich zeigte den Zettel weggeschmissen. Und damit ist links automatisch zum Firefly-Weg geworden. Und damit hätte man schon recht früh den Weg von geradeaus links rechts, geradeaus links wissen können. Vielleicht ist das Zufall, dass das gerade funktioniert. Vielleicht wäre das genau der Weg gewesen, den ich hätte gehen sollen beim Rätsel. Ich meine, ich bin ihnen im Endeffekt gegangen, aber nicht aus Logik heraus, sondern aus einer Kombination von Zufall und Zufall. Wie dem auch sei, ich habe mir bloß nochmal einen Kopf über das Rätsel gemacht, warum das funktioniert hat. Und dachte, vielleicht ist das die richtige Erklärung. Vielleicht habt ihr in den Kommentaren auch eine viel bessere. Dann lasst es mich gern wissen, falls ihr irgendeine andere Logik dahinter gesehen habt, denn ich habe sie nicht gesehen. Wie dem auch sei, wir sind hier in diesem creepy Raum angekommen und ich würde sagen, wir untersuchen den zuallererst mal. Mein Timer habe ich eingeschaltet. Wir sehen hier Ärzte. Kann das eine Anspielung auf ihre Krankheit sein, beziehungsweise auf ihre Allergie? Denn wir haben ja gelernt, ich untersuche mal hier nebenbei so ein bisschen, oh Spritze, dass sie, kurze Hustenpause im Moment, schon wieder da, dass sie anscheinend eine Allergie gegen Bananen oder irgendwie sowas hatte. Denn im Fahrstuhl haben wir eine Sequenz gehört, wo sie mit ihren Eltern spricht, dass Flint Bananenkekse oder sowas essen kann und sie wollte sie unbedingt haben. Und die Mutter hat gesagt, du verträgst doch keine oder du kannst das nicht essen oder sowas. Hm, keine Ahnung, wo das aussah, aber wenn sie im Krankenbett liegt, nicht, dass da irgendwas passiert ist oder so. Wir gucken uns auf jeden Fall die Spritze an und können sie anscheinend auch nehmen. Eine empty, eine leere. Müssen wir die auch noch füllen mit irgendwas? Ich auch nicht, ich mag generell keine Spritzen und sowas. Oh, so eine ganz eklige Alte auch noch, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob man heute in OPs und so so ein Ding noch benutzt, aber ich finde, die sieht mega gruselig und alt aus, ne? Was haben wir hier? Noch was anderes können wir nicht nehmen. Das ist ein Skalpelli oder so, ne? Schere. Wir können auch das Bett nicht angucken, die Puppe kommen wir. Das ist auch eine Emberpuppe. Wir können die Ärzte, den können wir angucken, aber generell nicht angucken. Da ist eine Tür, zu der wir nicht hinkommen. Habe ich ihn jetzt umgehauen mit meinem Kabel. Mein Stift von meinem Zeichenpad. Get well soon, ein Clown. Fläschchen. Epinephrin? Epinephrin? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie, glaube ich, gehört. Nadel? Wow, du bist das bestimmt jetzt hier irgendwie. Wir gucken uns erst mal den Arzt an, bevor ich die nehme. Ich habe keine Ahnung, warum die hier sind. Die sehen auf jeden Fall creepy aus. Nadel? Ich finde das auch gruselig. Arztkram und Nadel und sowas. Wuuuuh. Wir können aber sonst hier nichts anderes nehmen. Bisschen wir es kombinieren. Wow. Eww. Für mich als Nadelphobiker. Zumindest bei Blutabnahmen und bei Spritzen. Eww, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und für alle, die sagen, du bist aber ganz doll tätowiert. Das höre ich ganz oft von Herzen, wenn ich sage, dass ich Schiss habe vor den Spritzen und so. Sie sind ja mal hier am ganzen Körper tätowiert, aber Angst haben vor einer Spritze. Bok, 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 bok. Das ist was anderes, liebe Menschen. Das ist was komplett anderes. Okay, wie? Ach, müssen wir ja... Hier, mit dem Messer? Es funktioniert. Der Kabel ist weg. Okay. Okay, es ist fertig. Ich will nur, dass es wegfallen. Was ist Epinephrine? Wow. Muss man es irgendwie auslösen? Aber wie? Ich kann das nicht angucken. Aber muss ich es verwenden auf die Emberpuppe? So? Dann geben wir es dem Arzt, oder? Obwohl der nicht so aussieht, als hätte er ein Diplom. Oder er hat es vor 30 Jahren gemacht, als er noch lebendig war. Hier geht's, Herr Doktor, Herr. Okay. Okay. Wir gehen einfach mal durch. Spiegel? Hey, who do you think you are? I'm the real you, by the way. This cute, polite mask you're hiding under? That's not you. You don't know anything about me. Are you kidding? I am you. You're really losing it, aren't you? Talk to yourself much? Shut up. You're not me. You're rude and ugly. And you have fat feet. You spoiled brat. You're a burden to everyone around you. Everyone's always taking care of you, so you don't have to think about the consequences. Why are you doing this? I want you to drop that mask you're hiding under. I don't know what. It was all your fault. You and your stupid allergies. Shut up. I see what you're doing. They should lock you up in a glass bell. Shut up. And Ted died because of you. I... Oh, you think I don't know? It was you acting like a little spoiled brat that got him killed. He said it wasn't my fault. Of course he did. He was looking after you like everyone else. Don't you dare talk to me about Ted. He was my best friend. And you got him killed. Stop talking about him. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. Stop repeating after me. Stop repeating after me. I said stop. Mom, Dad, hurry. She can't breathe. What's going on? Oh, no, honey. What did you do? Did you hear me? I didn't give you any, Mom. I swear. We should take you to a hospital. I'll call the cab. Tom will bring something else. Come on, baby. I got you. Easy now. What's your hand? It's ringing. Hello? Hello? Yes, I'm leading you ahead. 17 to Winewater Street. Please. My daughter, she's joking. Mom, where do I go? Stay home and lock the doors. I'll be back. So it's not so good. It's okay. It's okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Spielzeug, Brian. Wir können auch mit denen interagieren. Wir interagieren gleich mit einem. Ich möchte bloß gucken, ob es hier noch irgendwie weitergeht. Aber das war's. Wie können wir... Abgesperrt. Wir haben ja... Wir können bestimmt hier auch nicht irgendwie... Okay. Oder hier mit dem. Okay. Sind alle mit Sicherheit locked, ne? Es ist locked. Ja. Sind ja auch über so Schlösser dran, deswegen würde ich das gar nicht weiterprobieren. Ähm... Was? Ja. Ist das der Austausch dafür? Ich würde gerne hier mal speichern, kurz. Ich habe keine Ahnung, ob es mehrere Möglichkeiten gibt oder sonst was. Wir nehmen mal Speicherplatz 2. Wir nehmen die Schlüssel mal oder wir gucken sie erstmal an. Drei Schlüssel für drei Schlüssel. Wartet mal, wir schauen, dass es mal kurz ist. Flint oder was? Kann ich hier nochmal mit hier irgendwie reden? Ich muss zugeben, Betty lag mir am wenigsten am Herzen. Deswegen würde ich sie nehmen. Ja, sie mag total krass sein, aber... Und bei den anderen fällt es mir jetzt ein bisschen schwerer. Ich würde die Mag-Shots noch nehmen. Oder? Rusty war ein guter Aufpasser auch, ne? Wir nehmen Rusty trotzdem. Generell bin ich da nicht so einverstanden. Wir nehmen die Mag-Shots. Ich habe keine Ahnung, was das auslöst. Muss ich die unten reinmachen? Sie hat mit Sicherheit bei allen was zu sagen. Rusty, Rusty, brave, selfless, working class robot. Have you got no heart? Don't choose the funnies. You know they risked their necks for you? They went against King and helped you get into Paper City. This is how you repay them? I'm so sorry, guys. Please forgive me. Give them to me! There, you freak! Pledge them to me and ask in return. You can have all of them. Just bring him back. Zwei für eins ist die Errungenschaft, aber es ist nicht eher drei für eins. Is that him? No. No. Wir haben quasi nichts gekonnt, oder was? Also ich habe die drei gewählt. Also ich fand sie alle toll. Gerade die beiden. Ich konnte mit dieser Puppe irgendwie nie was anfangen. Mit der Lady-Puppe. Aber ich fand generell alle anderen toll. Millie, die Giraffendame, die im Zimmer auf uns aufgepasst hat. Brian war immer lieb, CBG. Die Max-Shots waren auch toll und der Rusty hat auch gut aufgepasst. Aber ich musste mich ja nun entscheiden. Das Handelsding kann ich nicht mehr benutzen. Hier ist der Lift wieder offen. Okay, dann gehen wir da mal rein. Okay. Das war ein Kluz call. Das war okay, honey. Don't worry. They got her. Oh my god, no. Das war so close. Ich sollte mich nicht mehr tun. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist eine gute Idee, was man zu bringen. Bananas. Bananas sind nicht weiterholt. Ich habe die Zukunft. Ich habe die Zukunft. Ich kann das gut zusammenfalten. Ich kann die Idee auch von der Tatooine auch. Das ist nicht wütend. Ich habe nur... Mr. und Mrs. Ashford. Ich habe sie mit einer sehr schweren Reaktion. Oh, she's going to be fine. We gave her two shots and she shouldn't be clean up. Oh, thank God. Yep, if he gets all the brain. She's going to be clean up. It was a joke. Thank you, Doctor. Thank you so much. Bye, Mike. Don't worry. These things happen. Especially with young children. The important thing is she's going to be clean up. Was she difficult? Oh, she sure needs the shots. I can tell you that. She's staring by the needles. Oh, great. Another one. Just go through one of the doors, please. Find an empty spot and stay there. I'll come and check up on you later. I think you got me confused with someone else. What is this place? It's a customer support center. Wait, you're not here for the job? Where did you come from? Like, outside? Oh, look at you, Miss Outside. I don't appreciate your attitude, to be honest. I'm leaving. Good luck with that. There's no leaving this place. What do I need to do? Aren't you the famous world traveler, Miss Outside? What do I know? I'm just a service provider. Okay, I get it. Help me. I need... Ugh. Customer service. Have you tried turning it on again? Turn what on? Your brain. Are you making fun of me? I'll report you. All reports are to be submitted in writing and deposited in an official complaint box. The review could take up to 10 working days. Please be patient and don't hesitate to ask for help in the meantime. And remember, we're only happy if you're happy. Whatever. What do I need to do? You have to find out something. What? There was this old man. He used to live alone in our building on white water. Remember back in the city? Remember? I guess. I can't remember his name though. Hieß ja nicht Mr. White, Peter Stevens. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Was ist hier los? Ich raff's nicht ganz. Zimmer, Zimmer, alles nur Zimmer, bei denen wir dann wahrscheinlich, wie sie schon sagt, rumfragen müssen. Was ist hier? Demotivierendes Poster. Was? Just give up, Kitty. Oh nein. Nicht häng in der, sondern just give up. Oh nein. Vor allem, warum ist das jetzt eine Psychiatrie oder was auch immer? Liebe Leute, ich würde an der Stelle wieder gerne eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Bear With Me. Und ich glaube, ich mache auch für heute erstmal Schluss. Ich hab keine Ahnung. Ich hab eigentlich gedacht, schon vor drei Folgen, dass das Spiel gleich zu Ende ist und wir uns einem dramatischen Ende entgegen sehen. Aber jetzt wird's halt mega creepy und so ein bisschen Francis Bow mäßig, hab ich schon fast das Gefühl. Wir schauen uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht mit Let's Play Bear With Me. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.